Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich beim Teleshopping-Kanal begrüßen. Ich habe heute eine absolute Weltpremiere für Sie. Die vollautomatische, digitale Dirigentin CMV2000XL Titanium. Oder, wie sie von uns im Teleshopping-Kanal liebevoll genannt wird, Christiane. Christiane ist ganz einfach, über diese Fernbedienung zu steuern. Es gibt verschiedene Funktionen, die ich Ihnen jetzt nacheinander erklären werde. Die erste Funktion ist Play. Die Pause-Taste. Falls Sie sich ein Glas Wein holen wollen oder noch kurz aufs Klo müssen, alles kein Problem. Wenn Sie wieder zurückkommen, drücken Sie einfach wieder Play. Und die Stopptaste. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie erinnern sich sicher noch alle an die gute alte Zeit, als es die Schallplatte gab. Dieser ureigene, warme Klang der Schallplatte. Auch das haben wir eingebaut. Wie das klingt, zeige ich Ihnen jetzt. Ich wähle vor Schallplatte und Play. Ich glaube, das haben wir sehr original eingebaut. Eine weitere Funktion der vollautomatischen digitalen Dirigentin ist die Lautstärkenregelung. Sie können sie ganz einfach leise stellen oder auch ganz laut. Wie das klingt, zeige ich Ihnen jetzt. Play. Cl Sentier. Musik Musik Und das ist die beste Taste. Wenn es in den Einmal zu laut wird, können Sie sie ganz einfach stopp schalten. Das geht bei einer richtigen Tötengänzung nicht so einfach. Und Stopp. Es gibt Zeiten im Leben, wo es einem nicht so gut geht. Auch dafür haben wir bei der digitalen Dirigentin gesorgt. Sie können ganz einfach im Stück zwischen Moll und Dur wechseln. Wie das klingt, hören Sie jetzt. Play. Und Stopp. Und Stopp. Ein weiteres Feature der vollautomatischen digitalen Dirigentin sind die Qualitäten des Dirigenten. Als erstes Einmal der schlechte Dirigent. Play. Play. Fantastisch, so leicht, nein, aber wirklich, also super, mit vollem Riesengrund. Mein persönlicher Favorit kommt jetzt, der strenge Dirigent. Blech! Nein, du kriegst doch schon so Depp als Bier an, aber wenn ich das schon denke, nein, schlecht, 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 schlecht und nicht schon wieder drehen, ich komme jetzt schon wieder so besser in Leipzig. Eine weitere Funktion der vollautomatischen digitalen Dirigentin ist die Spielgeschwindigkeit. Sie können wählen zwischen langsamem Spiel, schnellem Spiel oder dem superschnellen Vorlauf. Wie das klingt, zeigen wir Ihnen jetzt. Blech! Langsam! Bis zum nächsten Mal. Du bistiser Walter. Das war's. 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Stopp! Unsere Software als Liedler haben sich auch noch etwas einfallen lassen für den Schluss eines Stückes. Nämlich aufstehen, verbeugen. Aufrichten. Verbeugen. Aufrichten. Ich könnte jetzt noch stundenlang so weiter machen. Verbeugen. Aufrichten. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe Ihnen jetzt gezeigt, wie die vollautomatische digitale Dirigentin funktioniert. Wenn Sie Interesse haben, diese zu kaufen, ich stehe anschließend an der Bar für Fachgespräche und Bestellungen zur Verfügung. Und wenn Sie innerhalb der nächsten 10 Minuten anrufen und bestellen, bekommen Sie nicht nur die digitale Dirigentin, sondern auch die CD des Musikvereins Klaas Disco zu. Auf Wiedersehen. Ja, meine sehr verehrt du keinem. Vielen Dank. Vielen Dank.